Frau Lächel, Frau Lächel, eine Sache gemacht, die ich nie machen wollte. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich hatte acht Minuten. Wer von euch hatte das Buch gelesen? Mir. Vielen Dank. Vor allem, ich sehe, dass ich ein Buch geschrieben habe, das ist Freude in mir. Und ich erzähle das für mein Leben und ich erzähle vor allem, ich weiß, eine Biografie mit 38 ist ein bisschen krügel. Ich weiß. Ich weiß. Aber ich darf das, was ich heute Abend für euch mache, mit dieser großartigen Hand an meiner Seite, machen Sie, indem ich viel verwehrt habe. Denn ich habe echt, antraglich zu sagen, viel gesehen, viel erlebt und bin immer wieder aufgestanden. Und gerade in Zeiten mit diesen kann man, finde ich, was ganz wichtig ist, zusammenhalten, anderen Menschen, mehr viel. Wieder eine Gemeinschaft sein, was im letzten Jahr leider ein bisschen verloren gegangen ist. Und, ähm, durch das Album, das ich gemacht habe, mit diesem großartigen Mann am Keyboard, ich habe erzielt. Das war mir ganz klar, weil ich wusste es nicht, was anscheinend diese Songs oder meine Geschichten bewirken können und Menschen vielleicht helfen können. Und dann dachte ich, weißt du was, machst du auch schreib'n Buch, aber brutal ehrlich. Und da gab es eine Geschichte, die ich euch gerne erzählen würde. Mein Vater, das war die Inspiration zum nächsten Song, mein Vater starb im Mai 2018 und er war die wichtigste Person in meinem Leben. Das war mein Vater, aber auch mein Kumpel, mein Manager, mein Vorbild, mein Mentor. Mein Sohn, Papa vibrischt, aber, die Verliegliche, wo du uns hieß, immer eine Burkhalle, das war unsere Burkhalle. In der Woche, als er ging, saßen wir stumpf, taub, gefühllos bei mir zuhause im Garten, weil ich weiß, bis heute nicht traurig, weil plötzlich kann man sparen, Schmetterlinge. Mein Sohn schrieb plötzlich, Papa, Papa, komm mal, da ist der Saba, Saba heißt Opa auf jemalschen, dieser Schmetterlinge landet auf dem Moment in meiner Hand, weil er geht nicht fort, hat geblieben. Das Verrückte ist, ich hatte gestern schon jeden Tag, ich habe selber Papa denken müssen, die mich schrecklich verlassen, ich glaube, das wird nie aufhört zu lassen. Als ich mich dann bewegt habe, Schmetterlinge, in Fortbrook, bin ich ins Haus und habe dieses Saba gestanden, das Saba ist der Teil von mir. Wenn ich mich jetzt nicht bewege, zwei Sekunden lang, landet dieses Schmetterling auf dem Rücken meiner Hand. Die Welt ist schön, warum können wir es nicht sehen? Auch wenn ich mich nicht bewege, zwei Sekunden lang, landet dieses Schmetterlinge, die Welt ist schön, warum können wir es nicht sehen? Die Welt ist schön, warum können wir es nicht sehen? Ja, 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 ja. Wenn ich mich am Unserer, ist es so, wie du mein warst, gezogen durch die Kopfschl, durch den Glas. Die Welt war schön, sah die Sonne aufgehen. Ich würde so gern dorthin zurück, auf die Zeit, sie glücklich stehen. Siehst du, wie die Wege langsam auseinandergehen, die Welt ist schön. Warum kommen wir jetzt nicht hin? Ein Teil von mir hört niemals auf, zu lieben wird er wahr. Ein Teil von mir steht noch immer in der Tür. Ein Teil von mir hört niemals auf, zu lieben wird er wahr. Ein Teil von mir gehört noch immer, zu lieben wird er wahr. Und ich bin niemals losgefahren. Ich bin niemals losgefahren. Ein Teil von mir hört niemals auf, zu lieben wird er wahr. Ein Teil von mir steht noch immer in der Tür Ein Teil von mir hört niemals auf Sprie, wie wir waren Ein Teil von mir gehört noch immer zu dir Ein Teil von mir hört niemals auf Sprie, wie wir waren Ein Teil von mir steht noch immer in der Tür Ein Teil von mir hört niemals auf Sprie, wie wir waren Sprie, wie wir waren Sprie, wie wir waren 감ert noch immer zu dir Ein Teil von mir hört niemals auf Auch wenn ich mich gleich bewege, bleibst du mein Leben lang. Das fühle ich von einem Schmetterling auf dem Rücken meiner Hand. Applaus 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 auf dem Rücken meiner Hand. Ich wünsche Ihnen jetzt die ganze Zeit, die wir jetzt zeigen. Und der Ruben, wir müssen uns ganz kurz auf der Strecke.